Fahren Sie dieses Jahr zum Festival nach Cannes. Ist auch gar nicht nötig. Wir zeigen Ihnen eine Auswahl der schönsten ausgezeichneten Filme. Ich habe noch nie im Leben etwas so Großes getan. Danke. Unsere Festival-Gerwinner. So jemandem wie dir begegnet ich sonst nicht. Die große Cannes-Reihe. Vom 14. bis 25. Mai bei Kinowelt.tv